Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Es wird ja weiterhin viel über unser Revier, der wie gegen den BVB diskutiert, wie man eben auch diese gute Leistung mitnehmen kann in die kommenden Wochen. Weil natürlich ist auch klar, man darf alles andere als selbstgefällig werden. Aber wir sprechen auch über das Sportliche, über unser nächstes Spiel in Augsburg, denn bis dahin könnte sich auch in Sachen Personal nochmal ein bisschen was tun und im Sommer könnten beim Klassenerhalt einige Investitionen anstehen. Wie man dann den Kader aufbauen könnte, besprechen wir mal heute. All das und mehr haben wir also hier bei den aktuellen Schalke News. Gehen wir rein in die aktuelle Situation nach dem Derby gegen den BVB. Das 2 zu 2 war ja das siebte Spiel in Folge, bei dem wir nicht verloren haben in der Bundesliga. Und das ist natürlich eine Serie, die für einen Abstiegskandidaten echt stark ist. Wir haben einen Aufwärtstrend und dafür war natürlich aber auch einiges notwendig. Und klar ist auch, wir alle können sicherlich die aktuelle Situation gut einschätzen. Diese Leistungen müssen mindestens gehalten werden, wenn nicht sogar ausgebohrt werden, um wirklich auch am Ende die Klasse halten zu können, denn um nichts anderes geht es. Für Ralf Fährmann sind vor allen Dingen auch die lange Winterpause und auch die Neuzugänge Gründe dafür, warum es aktuell deutlich besser läuft. Wer dabei heraussticht, ist Mo. Er macht es in der Innenverteidigung sehr gut. Ich wünsche mir, dass er Schalke noch sehr lange erhalten bleibt, lobt Fährmann vor allen Dingen Moritz Jens, der ja unsere Verteidigung auf Anhieb auf ein wirklich anderes Niveau gebracht hat. Allerdings gibt es natürlich auch weiterhin viel zu tun. Man denkt aktuell vor allen Dingen auch viel an den Klassenerhalt. Unsere Mannschaft glaubt auch daran und ist zufrieden mit den letzten Wochen. Wenn uns jemand vor 6, 7 Wochen gesagt hätte, dass wir eine solche Serie hinlegen können, hätten es die wenigsten geglaubt. Und natürlich ist klar, dass wir alle das sicherlich aktuell genießen, dass es aktuell wieder besser läuft. Aber Ralf Fährmann ist bewusst, dass Schalke noch nichts erreicht hat. Und das sollte eben auch bei allen anderen so sein. Bei uns Fans, bei allen Spielern und bei allen Verantwortlichen. Uns allen muss aber bewusst sein, dass die Tabelle nach 34 Spieltagen nie lügt. Das sind Fakten und es ist entscheidend, wo wir dann stehen. Aber wenn wir in jedem Spiel so auftreten wie gegen den BVB, stehen unsere Chancen sehr gut, die Klasse zu halten. Und auch Thomas Reis ist natürlich mehr als zufrieden mit den zuletzt gezeigten Leistungen. Vor allen Dingen auch, weil nicht nur unsere Defensive funktioniert, sondern auch entweder unsere Offensive. Ich habe immer gesagt, wenn du daran glaubst, wird irgendwann der Knoten platzen. Das ist uns gegen Stuttgart gelungen, sagt unser Coach. Und zum Beispiel auch das erzwungene Eigentor von Manuel Riemann gegen Bochum. War einfach natürlich Glück, aber im Moment, sagt auch Reis, funktionieren einfach einige Dinge. Und klar ist auch, wir werden im Laufe dieser Rückrunde Spiele verlieren, möglicherweise auch mal ordentlich unter die Räder kommen. Auch das Ding in Augsburg wird unfassbar schwierig. Aber unsere Mannschaft ist eben einfach aktuell da. Und jedes Tor, jeder Erfolg, jeder Sieg, auch jedes Remis steigert natürlich das Selbstvertrauen. Selbst ein Kenan Karaman, der zuvor ganz klar als Transferflop abgestempelt wurde, ist unser Derbyheld, Punkt aus Ende oder einer der Derbyhelden vom Samstag. Und deswegen heißt es jetzt auf jeden Fall weitermachen. Denn auch Reis sieht natürlich auch weiteren Verbesserungsbedarf. Wir versuchen weiter, Chancen und Tore zu kreieren. Wir haben da auf jeden Fall noch Bedarf. Trotzdem müssen wir auch in der Defensive weiterhin wach sein, denn wir schießen nicht zu viele Tore. Wenn die Defensive gut steht, hast du immer eine Möglichkeit zu punkten. Und genau das ist uns ja in den letzten Wochen schon sehr gut gelungen. Und genau das soll auch jetzt weiterhin gelingen. Und auch Sky-Experte Lothar Matthäus glaubt mittlerweile an uns Schalker und hat mal ein paar interessante Aussagen getätigt, warum er eben auch aktuell daran glaubt, dass wir die Klasse halten. Denn das hat vor allen Dingen eben auch mit uns Fans zu tun, die die Spieler zum Klassenerhalt tragen können. Da ist etwas zusammengewachsen. Schalke hat immer an sich geglaubt. Diese Unterstützung, Emotionalität von den Fans überträgt sich, sagt Matthäus gegenüber bei Sky90 und betonte auch nochmal, die Spieler haben wieder 90 Minuten alles gegeben. Ob sie von Anfang an gespielt haben, ob sie in der 45 Minute eingewechselt worden sind oder in den letzten Minuten. Und unabhängig davon, was man von Lothar Matthäus meint oder hält, finde ich, sagt dieser Satz wirklich sehr viel aus. Jeder von unseren Spielern gibt alles. Und da ist es wirklich auch egal, wie auch Matthäus sagt, ob er in der Startelf steht, von der Bank kommt, eine Sekunde eingewechselt wird oder eben auch gar nicht reingebracht wird. Alle stehen zusammen und alle kämpfen aktuell nur für das gemeinsame Ziel Klassenerhalt. Und wenn unsere Mannschaft diese Leidenschaft und die Gier beibehält, dann ergänze Matthäus, bin ich überzeugt, dass Schalke nächste Saison in der Bundesliga zu sehen ist. Und das ist sicherlich auch wirklich ein Faustpfand, den wir haben mit Fans und Spielern, die einfach extrem zusammengewachsen sind, der wichtig ist im Abstiegskampf, um einfach gemeinsam an unserem großen Ziel zu arbeiten. Und einer, der für dieses große Ziel Klassenerhalt gegen den BVB eine tolle Leistung gezeigt hat, war natürlich Henning Matricciani. Einige super Grätschen, defensiv, wirklich ein guter Auftritt. Und ich denke mal, vor allen Dingen seine, ich würde schon fast sagen, Monstergrätsche bei dem Abschluss von Modahut bleibt uns extrem in Erinnerung. Und es war ja ein Jubel nach dieser Grätsche, der fast noch größer war als bei einem Tor. Und Ralf Fährmann hat auch nochmal gesagt, dass Matricciani ein absolutes Mentalitätsmonster sei. Wenn man sagt, dass man den Gegner auffressen soll, war Henning dafür in diesem Derby das Sinnbild. Denn eben nicht nur gegen Dahoud war Matricciani zur Stelle, sondern er hat Kampf gezeigt, er hat Leidenschaft gezeigt, vielleicht perfekt getimete Grätschen mit dabei gehabt. Und deswegen hat er ja auch nach dem Spiel reichlich Lob von seinen Teamkollegen bekommen. Und das gehe ihm auch direkt ins Herz, hat Matricciani nochmal erzählt. Vor dieser Kulisse bei einem Derby in der Startelf zu stehen, ist geil. Diese Gefühle kann man nicht beschreiben. Und natürlich war es auch für ihn wieder eine ordentliche Challenge, als linker Verteidiger gegen Mahlen oder auch Beino Gittens zu bestehen. Aber er hat wirklich alles aus sich herausgeholt. Und nicht nur er selber, sondern auch die gesamte Mannschaft. Er hat ja viel in die Zweikämpfe investiert, sagt Matricciani, der sich und seinen Teamkollegen auch nochmal im Großen und Ganzen eine richtig gute Leistung bescheinigt. Und auch über die Fans hat Matricciani sich nochmal geäußert. Das pusht uns so sehr, dass wir Vollgas geben können. Mit den Fans im Anschluss feiern zu können, ist ein geiles Gefühl. Und natürlich redet Matricciani lieber über andere, als über seine gute Leistung selber, die er gegen Dortmund gezeigt hat. Dafür hat das aber nochmal Gerald Asamoa gegenüber dem Kicker getan. Henning wird leider unterschätzt, aber er ist ein überragender Spieler, ein Teamspieler. Egal, auf welche Position man ihn stellt, er versucht immer 100% zu bringen. Und ich denke mal, Engagement, Leidenschaft und Kampfgeist, das kann Matricciani auf jeden Fall nicht absprechen. Blicken wir nun mal auf das aktuelle Personal-Update und richten damit schon mal den Blick so ein bisschen voraus auf unser Auswärtsspiel gegen den FC Augsburg. Denn es gibt reichlich Neuigkeiten. Gestern wurde nämlich bekannt, dass Soichiro Kuzuki und Schalkern längere Zeit nicht zur Verfügung stehen wird. Denn am heutigen Dienstag wird Kuzuki am Sprunggelenk operiert. Vor rund drei Wochen hat er sich ja während des Trainings verletzt. Und Gerald Asamoah hat nur noch mal erklärt, was da generell die letzten Wochen so los war bei Kuzuki. Wir hatten zunächst die Hoffnung, dass er schnell zurückkommen kann. Aber er war trotz kompletter Trainingsintegration nie ganz schmerzfrei. Deshalb haben wir weitere Untersuchungen durchgeführt und uns schlussendlich gemeinsam für eine Operation entschieden. Für den Spieler und uns ist es langfristig der beste Weg. Und da muss man natürlich auch dann sagen, dann ist es eben so, auch wenn es natürlich wirklich bitter ist, dass uns Kuzuki nun längere Zeit fehlen wird. Übrigens, auch Marcin Kaminski hat gestern im Training gefehlt. Unser Innenverteidiger plagt sich mit einem Hexenschuss herum. Laut der Watz dürfte er allerdings schon bald ins Training zurückkehren. Update heute aber nochmal. Er fehlte auch am heutigen Trainingstag aufgrund seines Hexenschusses. Etwas bessere Nachrichten gab es aber dafür bei Thomas Ovejan. Denn der konnte nach seiner Adduktorenverletzung erstmals wieder mit dem Team trainieren. Stand gestern kommt das Augsburg-Spiel aber wohl noch zu früh für Ovejan. Aber trotzdem war er auch heute wieder im Team-Training mit dabei. Und das macht natürlich Mut, dass er vielleicht doch noch gegen Augsburg zumindest mal im Kader stehen könnte. Denn auch laut Sky hat er heute wieder vollkommen mit der Mannschaft mitmachen können. Ganz interessant ist dann auch nochmal das Update zu Sebastian Polter. Denn auch der kann zumindest schon wieder laufen. Comeback ist hier noch nicht in Sicht. Aber er dreht zumindest wieder Runden gemeinsam mit Chere Uronen, Dominik Drexler und Tim Skarke. Die waren heute allesamt am Trainingsplatz mit dabei. konnten zumindest mal wieder einige Runden laufen. Uronen absolvierte dann auch nochmal Übungen mit dem Ball. Also auch da gibt es zumindest mal die Hoffnung, dass vor allem noch nach der Länderspielpause Spieler wie Drexler, Skarke, Polter oder Polter nicht, Ovejan oder Uron auf jeden Fall wieder mit dabei sind. Für das Augsburg-Spiel gibt es vielleicht noch eine Resthoffnung bei Ovejan. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal die nächsten Tage abwarten. Und was dann im Sommer bei uns passiert in Sachen Transfers ist ja auch ein sehr interessantes Thema. Denn klar ist, wenn wir absteigen, wird sich an unserem Kader wieder viel verändern. Aber selbst wenn wir drin bleiben, haben wir ja einige Leihspieler, die uns dann möglicherweise wieder verlassen. Klar ist aber auch, und das hat jetzt nochmal Sky als Update gebracht, dass es eben große Investitionen im Sommer gibt, wenn man eben in der Bundesliga bleibt. Und dann könnten Kosten im zweistelligen Millionenbereich auf uns zukommen. Denn natürlich ist klar, dass wenn wir am Ende die Klasse halten, zum Beispiel bei Moritz Jens und Tom Kraus Kaufverpflichtungen aktiv werden. Und die Summe, die hier dann jeweils fällig werde, beläuft sich laut Sky auf 4 Millionen Euro. Das ist jetzt nichts Neues. Das haben wir auch schon mal gehört, dass für beide dann circa 4 Millionen Euro nötig werden. Sprich in Summe 8 Millionen. Aber auch Sky hat das nun auch nochmal endgültig bestätigt. 8 Millionen Euro für Jens und Kraus, wenn wir die Klasse halten, das ist schon fix vereinbart und wird dann auch nicht nochmal geändert oder so. Verpflichtung ist Verpflichtung. Klar ist aber auch, mit den beiden hätten wir natürlich für die kommende Saison in Liga 1 dann richtig, richtig gute Spieler. Und natürlich wäre das dann schon mal ein extrem hoher Batzen Geld, welches wir investieren müssten. Aber natürlich würde man ihm auch damit eine gewisse Qualität garantieren. Bei Michael Frey ist laut Sky auf jeden Fall die Lage aber nochmal etwas offener. Er wartet dann auch weiterhin auf seinen ersten Treffer. Für uns konnte aber immerhin drei Tore vorlegen und ist ja auch unter Thomas Reis im Sturmzentrum aktuell ganz klar gesetzt. Unabhängig der Liga-Zügerigkeit können wir bei ihm eine Kaufoption ziehen von circa 2 Millionen Euro. Laut Sky ist aber noch komplett offen, ob das am Ende gemacht wird. Denn auch das ist wohl nur möglich, wenn der Klassenerhalt gelingt, weil auch sonst 2 Millionen Euro zu viel wären und doch dann wirklich die Verantwortlichen von Frey endgültig überzeugt wären. Und dann ist natürlich die große Frage, was macht man denn eigentlich in der Kaderbreite? Man wird ja wahrscheinlich einen Spieler wie Alex Kral unabhängig der Liga nicht halten können. Man hat einige andere Leihspieler wie Uronen oder Skarke, wo man Kaufoptionen hat, die dann sicherlich auch nochmal jeweils 1 bis 2 Millionen Euro kosten dürfen und muss natürlich auch im Verbleib der Bundesliga weiterhin am Kader etwas machen. Und deswegen würden das für Verstärkungen in der Kaderbreite durchaus Mittel fehlen, wodurch eben auch Abgänge keinesfalls auszuschließen wären. Klar, diese Abgänge würden natürlich deutlich mehr Geld einbringen, wenn man drin bleibt, als wenn man absteigt, aber wären eben auch durchaus nötig, um eben dann im Sommer Geld zu haben, um diese ganzen Investitionen tätigen zu können und eben auch dann den Kader in der Breite weiter zu verstärken. Und auch wenn das viele Fans nicht ganz so gerne hören, wird wahrscheinlich auch dann in der kommenden Saison wieder viel mit Leihspielern gemacht. Bestes Beispiel hier wäre ja dann auch Darko Shulinov. Den möchte man ja sehr, sehr gerne wiederhaben. Eine Laie ist ja auf jeden Fall ein Thema, finde ich trotzdem auch hier dann eine gute Lösung, wenn man es hinbekommen könnte, weil man mit ihm dann eine Weihdroption hätte für den Flügel relativ günstig für die Bundesliga, was sicherlich doch noch dann ganz gut passen könnte, weil klar ist, wenn wir in der Liga bleiben, dann geht schon sehr viel Geld für Jens und Kraus drauf, für Frey, Uron und Skarke, könnte auch noch mal ein ordentlicher Batzen fließen. Dann bleibt nicht mehr viel für weitere Neuzugänge, die es natürlich aber auch dann sicherlich benötigen würde. Und jetzt könnt ihr immer gerne eure Meinung zu den verschiedenen Themen in die Kommentare schreiben und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.